German RC Speed Challenge. Heute ist der 4. Oktober. Das ist ein Traxxas Lash 2 WD. 5,1 zeigt der Logger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jo, er steht. Oh, der kommt jetzt hierher. Komm schon, komm schon. Das ist ja keine Herausforderung. Der ist aber mitgehalten. 119,6. Das ist ja keine Herausforderung. Das ist ja keine Herausforderung. Das ist ja keine Herausforderung.